Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu, äh, Let's Play Phobia The Fear of the Darkness. Back to game. Okay, wir sind hier gerade in einem sehr dunklen Raum mit sehr unheimlicher Musik. Was? Ich will hier raus. Mann. Ah, what the hell? What the hell? Was für eine Scheiße war denn das gerade? Oh mein Gott, ich gehe lieber wieder rein in die sichere... Boah, hallo. Ne... Ah, ich finde gerade das Wort nicht. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Alter, 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 habt ihr das gesehen? Leute, Leute, Leute. Geht's hin auf? Oder auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist heftig. Ist die verschlossen? Ja, offensichtlich. Aber ich trau mich da gar nicht hin gehen. What? Boah, ey. Was war das da gerade? Ich hab keine Ahnung, was das war. Okay, gut. Ein Licht, 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 Licht. Kontrolls. Ah, okay. Crouch, control. Oh, okay. Kontrolls. V, R, S, D. Move. Control, crouch. Space, jump. Ah, cool. We can jumpen. Shift, run. E, E mit A. Open, investigate. Enter, pick up. Keys, items. O, objects. Oh, cool. Mouse, look, look around. Right mouse, button, drag, drop, object. Ah, cool. Und left mouse, button, true objects. Ne, ähm. Wie kann ich das jetzt weg? Ah, okay, mit E. Mit A! O, objects. Warte auf O. Okay. Können wir das Haus jetzt wieder verlassen? Hört ihr das gerade, Leute? Hört ihr das? What? Ich, ich, ich möchte einfach nur eine Taschenlampe haben. Ich will da ehrlich gesagt nicht drauf gehen. Okay, die kann ich nicht öffnen, diese Tür. Oh mein Gott. Okay, da ist wieder unser gutes altes Zimmer. Gute ist, dass wir in Sicherheit sind. Können wir auf das Bett springen? Yay. Komm nur herein, du Zombie, du. Oder was auch immer du warst. Ich nehme an, das war ein Zombie. Okay. Puh. Gut, dann gehen wir hier hinaus. Wir können ja nicht ewig da drinnen sitzen bleiben. Aber diese Türe kann ich einfach nicht öffnen. Und da steht auch nicht... Locked. Oh mein Gott. Leute. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ist da eine Tür? Nee, nur eine Mauer. Oh mein Gott. Ich will wieder Licht haben. Warum haben die das Licht ausgeschaltet? Okay, gibt's hier eine Tür? Nee. Okay. Okay. So. Ah ja, genau. Da war ja die Tür, die wir nicht öffnen können. Nichts und nicht. Hört ihr das die ganze Zeit? Boah. Ich will nicht beschreiben, wie das klingt. Als würde irgendwer... ...irgendwas herumschmeißen. Ich werde nur sehr ungern beworfen mit irgendwelchen Dingen. So, wo ging ich jetzt nochmal nach? Ah ja, genau hier. Hier, 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 hier. Ähm. Ähm. Die Tür kann ich auch einfach nicht öffnen. Ähm. Jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen. E-Objects. Äh. O-Objects. Ich habe keine Objekte, leider. Ah, okay. Wir müssen offensichtlich wirklich leider hier rauf gehen. Können wir das aufnehmen? Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Boah, ich dachte, es wartet schon wieder. Ah. What the hell? Oh mein Gott. What the f... Schön, das Spiel. Ah. What the... Was bist du denn? Der sieht mich nicht. Seht ihr das, Leute? Oh mein Gott. Ich muss hier einfach rein. Der sieht mich nicht. Oh. Äh. Leute, Leute. Habt ihr das gesehen? Also ich hoffe, diese Aufnahme ist ein bisschen heller als die andere. Denn wir hatten ja kein Licht. Alter, Alter. Ich muss erstmal die Sprache wiederfinden. Geht einfach diese Scheißtür direkt von mir auf. Aber wir haben es offensichtlich richtig gemacht. Das müssen wir gleich wieder speichern. Denn soweit ich weiß, kann man hier ja auch sterben. Und ich möchte den You Died lieber nicht kennenlernen. Jedenfalls nicht zu schnell. Ja, endlich wieder Licht. So. Save Game. Empty Slot. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir endlich wieder Licht. Okay. Ah, das war das Klavier. Nee, ich lasse einfach alle Türen offen. Wie gesagt, dann können sie nicht mehr aufspringen. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Meine musikalisches Talent. Meine musikalisches Talent. Also, wenn es hell ist, dann ist mir alles viel sympathischer. Okay, da ist es wieder hell. Hell ist gut, hell ist gut. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, doch, da war ich schon. Ah, das ist das Klo. Das weiß ich nicht, was da ist. Oh, was ist das? It's a map. Yeah, cool, endlich eine map. Also, hier, nee, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich merke mir das nur für mich selbst. Da ist die Halle. Türe. Naja, die ist nicht eingezeichnet. Ist ja bewusst. Stairs, rauf, rauf. Bedroom. Bedroom. Storage. Upstairs, okay. Und downstairs. Können wir uns die behalten? To do in that nightmare. The room in upstairs was unlocked. I should check it out. Oh, cool, ähm. Ja, ich erinnere mich. Okay, Gott sei Dank wissen wir jetzt, was zu tun ist. Welcher war denn verschlossen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, da hinten vielleicht. Aha, das ist das Schlafzimmer wieder. Was ist das? Eine verschimmelte Schokolade. Im Riesenformat. Mensch, Leute. So, jetzt brauche ich offensichtlich den Schlüssel. Gut, da ist wieder die Halle. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir sollten uns allerdings oben aufhalten, hat er ja gesagt. Okay, ich mache hier wieder zu. Ich gehe jetzt rauf. Rauf, rauf, rauf. Wir haben ja eine Mission. Ne, da steht ja in fetten Buchstaben in diesem Albtraum. Der Raum oben ist, äh, war versperrt. Ich sollte es auschecken, was da drin ist. Jetzt muss ich den Raum wieder finden. Dann muss ich die Schlüssel finden oder was auch immer dieses Teil aufmacht. Ein Rambok oder sowas. Und dann, äh, wird es gefährlich. Ah, ich glaube, der war aber nicht da. Soll man da hin. Naja, vielleicht ist im Klo wieder irgend so. Was ist das? Drogen? Okay, ich will das nehmen. Ich will die Drogen nehmen. Kann ich nicht. Tut mir leid. Naja. Okay. Gut. Dann schauen wir wieder weiter. Da hinten, genau. Es kommt gleich ein Zombie um die Ecke oder was auch immer das ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Zombie. Zombie ist sympathisch. Zombie kennt jeder Mann. Und jede Frau. Also, ich meine damit jedermann. Oh mein Gott, da gehe ich lieber nicht hin. Außerdem war das kein verschlossener Raum. Ich weiß nicht, wo der war. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der war. Ich weiß nicht, wo der war. Hm. Wie dem auch sei. Bei Tagesblätter, also bei Licht ist mir das Ganze viel sympathischer, Leute. Viel sympathischer. Ich mache jetzt trotzdem lieber mal einen Save. Über den Slot 4. Yes. Weil man kann ja nie wissen. Weil man kann ja nie wissen. Und ich weiß nicht, wo der war. Untertitelung des ZDF, 2020